So, jetzt kümmern wir uns noch mehr um den Aufschlag. Moritz, sag doch mal, wie ist so der Stand beim Aufschlag? Hast du schon den Aufschlag jetzt wieder trainiert, jetzt wo du wieder angefangen hast? Wo stehst du gerade? Also, ich stehe jetzt, glaube ich, jetzt gerade nicht so gut, aber ich habe in der Schule und beim Training, beim Training habe ich da immer den Aufschlag trainiert und in der Schule habe ich immer da mit meinen Freunden. Ah, okay. Also du fängst jetzt sozusagen auch gerade an, den Aufschlag zu lernen? Ja. Und damit können wir natürlich auch so ein bisschen euch nochmal mitnehmen, wie kann man nochmal so den Aufschlag vielleicht auch mit Schülern, mit Kindern oder auch mit Anfängern generell machen? Und dazu machen wir jetzt am Anfang ja vier Übungen dazu. Eine war zum Beispiel, die wir jetzt gerade schon gemacht haben, das Werfen. Werfen ist total wichtig, werfen ist total ähnlich dem Aufschlag auch danach. Und wir machen das so, dass wir, wir hatten ja gerade so eine Nerf-Rakete dabei, man kann auch einen Football nehmen, aber die Wurfbewegung ist sehr gleich. Als nächstes nehmen wir uns mal, ich habe hier nochmal so ein paar spezielle Bälle mitgebracht. Deine Aufgabe ist es als erstes, also den Schläger braucht ihr am Anfang nicht. Die Aufgabe ist es, wir gehen ruhig ein bisschen näher zum Netz jetzt gleich, also drücken wir mal den einmal, dass du dir mit links den Ball hochwirfst und du versuchst den dann mal mit der Handfläche so auf die andere Seite zu klatschen. Okay, sag mal. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ja, nicht so weiter, wenn ich hier auf die Linie gehe. Äh, mit linken? Ne, linke Beine ist immer vorne. Das ist egal, ob später von welcher Seite du aufschlägst. Ja, schauen wir euch noch einmal vor, dass wir immer noch hier hochwerfen. Zack. Okay. Ja. Hat dabei, nicht zu fest zu zuhauen. Das Schöne an der Übung ist auch schon, dass wir hier auch automatisch schon den Arm mit eindrehen. Und dann zählt man das. Das wäre noch total wichtig für uns, im weiteren Verlauf, wenn du weiter Tennis spielst. Nicht zu hochwerfen. Nicht zu hochwerfen, das ist auch aus der Sonne gewesen. Jetzt nimmst du mal deinen Schläger. Hier kommt dein Schläger dazu. Und du hältst deinen Schläger jetzt mal so. Grunde genommen als Verlängerung, als hättest du jetzt hier eine große Hand. Die Aufgabe bleibt die gleiche. Hochwerfen und versuchen, den Ball mit der Schlagfläche zu treffen. Ja. Bitte? Beide, komm. Ach so, hast du noch einen? Mach mal, probier mal. Linkes Bein ist vorne. Auch hier haben wir eine schöne Eindrehung. Nicht ganz so weit nach vorne werfen. Kann passieren. Lieber abbrechen, ne? Generell, wenn... Wenn der Aufstand nicht ganz, oder wenn der Ball für dich passt, dann lieber einmal mehr auffangen. Ja. Ja. Hab ein bisschen zu weit nach vorne geworfen, ne? Dann lieber einmal auffangen und einmal neu starten, dann, ne? So, dritter Schritt. Jetzt sind wir den Schläger schon etwas weiter hinten, aber noch nicht ganz hinten, sondern weiter hier vorne. Und versuchen, das Gleiche auch nochmal zu machen, dass sie hier auch den Ball hochwerfen. Und auch hier gerade, im Grunde mache ich dasselbe, was ich jetzt gerade ohne Schläger hatte, habe ich hier den Arm so einzudrehen und den Ball rüberzuspielen. Ja. Ja, Bälle, komm. Ja. Noch nochmal. Na, auffangen. Natürlich hier ein bisschen die Sonne, müssen wir dann nächstes Mal, wenn wir drehen, ein bisschen aufpassen. Ja. Wurde nochmal versuchen, gleich mal ins Aufstandfeld, den Ball so ein bisschen noch zu lenken, dass wir den gar nicht hinten nachhauen. Ach, gut. Nochmal. So, die Weichen mal nehmen. Gut. Hab hier vier Bälle noch. Und jetzt nimmst du nochmal den Schläger jetzt ganz hinten. Ja. Ja, auffangen lieber. Ein bisschen windig, nicht schlimm. Also gerade mit der Rückhand einhändig und mit dem Aufschlag sind das zwei, ja, große Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie du vielleicht auch als Anfänger damit starten kannst. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß an der Serie. Ja. Und ihr natürlich auch. Falls ja, lasst auf jeden Fall hier auf dem Kanal einen Daumen nach oben da, um kein Video mehr mit Morris hier zu verpassen. Tennis Lärm mit Morris. Wir werden uns noch zwei, dreimal weitere Malere treffen, vielleicht auch mal ein Spiel und sowas vereinbaren, um einfach mal zu schauen, wie wirkt das so vom Ganzen her, wie wirkt das vom Abläufe, vom Training her und auch in Bezug mit anderen Kindern, wie es im Match dann auch aussieht. Bei Matches immer ein bisschen anders als ein Training zu sehen, gerade auch in puncto Aufschlag. Für Kinder ist häufig kein Vorteil am Anfang, Aufschlag zu haben, wenn du mit Aufschlag anfängst. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir dann das möglichst schnell stabilisieren und dich dann auch für die Matche vorbereiten. Ich habe Bock drauf, wenn ihr euch freut, hier weiterhin am Ball zu bleiben, wie gesagt, gerne abonnieren, bei Morris vorbeischauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.